Ho, ho, ho! Merry Christmas! Neben dem großen Karneval in Brasilien gibt es dort auch zahlreiche Weihnachtstraditionen. Viele der dortigen Bräuche wurden von den deutschen Einwanderern eingeführt. Zum Beispiel findet die Bescherung am Abend des 24. Dezember statt. Brasilien liegt in der südlichen Hemisphäre. Daher fallen Sommerferien und Weihnachten auf dieselbe Jahreszeit. Nach der Misa do Galo, der traditionellen Mitternachtsmesse, finden viele Feierlichkeiten statt. In der Stadt Curisiba tritt ein Weihnachtschor auf, der aus 120 Kindern der Casa Giacolidas Kinderheime besteht und eine sehr beliebte Show in der Weihnachtsstadt aufführt. Wie Weihnachten in anderen Ländern gefeiert wird, erfahrt ihr am nächsten Advent.